ja und einen tag später ist er wieder da ja willkommen zurück zu kapitel 26 dem fünf ständigen fünf stündigen längsten kapitel das ist jemals in feiern gespielt ja keine ahnung ich habe irgendwie so war nicht so gespielt so online und ich habe irgendwie gesehen wie leute dieses kapitel in anderthalb stunde erlegt habe jetzt nämlich bewusst ich weiß nicht auf welchen schwäche als kater fahre ich bin mir ist ziemlich erst bewusst ich spiele sehr langsam und vorsichtig aber mein gott ist ganz schön krass fünf stunden gibt es nicht also weit entfernt dürften wir jetzt eigentlich nicht mehr sein von dem finale von einem letzten stückchen wir haben glaube ich bin mir gar nicht sicher haben wir den letzten boss erledigt gehabt ich glaube ja guck mal das heißt seinen schütztes hat es dann vollkommen weg näher und das heißt wir können auf den drauf klopfen ne gott dann sind wir am anfang des zuges ja ne breite einheiten 14 wird ich vermisse irgendwie so eine funktion wir waren irgendwie nachgucken kann wie viele gegner herumlaufen ich meine nach rechts der karte aber in früheren pfeil gab es meistens immer irgendwo so eine so eine anzeige die eigentlich gesagt hat irgendwie viele gegner noch im kapitel herumlaufen und hat mich irgendwie so ein bisschen beruhigt mal so zu wissen wie viele gegner noch übrig sind und so eine scheitere ich darf jetzt sagen wir gucken mal was haben wir noch alles fangen wir erstmal mit dat an was wir ja machen könnten etwas eine feuerlanze faktur genau schweigen nehmen aber ich kann ich nicht losgehen muss ich dich auf uns loskommen versorgen so hier ist der ball an sich gerade kann ich dich mit eti abschießen auch erst gefangen ja cool wir sind diebe ich meine ihn kann ich ja hier rein lassen der überlebte einschlag glaube ich so gefährlich letzten züge ich werde jetzt voll lachen wenn ich ich meine ich habe noch so acht zeitgestalt oder so übrig aber ich würde jetzt hier wahrscheinlich mein verstand verlieren bin ich irgendwie jetzt noch drauf geben würde oder so ich meine wir wollen ja sowieso hier weg hätten ja 68 gefällt mir bin ich aber okay ich weiß auch weil ich heute sagen soll jetzt schon so lange hier dieses kapitel und ich glaube man ja noch sagen kann ich meine für die ob warum wir jetzt nicht so viel angst haben er macht nur magie schaden und wer hat eine menge morgier der merke das ist jetzt eigentlich mal die verteidigung resistenz vor allem der monologie ok so erst ein bisschen in gefahr gerade aber jetzt sind wir schweigen ja ich meine da ist egal dann noch sein wenn sie gott auf ich habe ja immer noch insgeheim dass die verstärkungs truppen irgendwann mal auf aber wenn nicht dann mein gott so viel rot ne ok man ja wenn ich ihn hier im bewegen dann wird mich sombran treffen aber diese die wir sind mir gerade ein bisschen nervig richtig dauern was eine axt 46 du bist ja nicht kummer und richtig kaputt haben wäre würde mit 69 ich weiß es wäre sehr gut wähler habe ich schon mal benutzen verdammt ich wollte muss der musik war für den genau kill daneben super abgeteilt mit der musik die musik gibt uns macht ich glaube ich glaube da sind wir euch dort auch immer die krieger ah er hat ein schwert verdammt da war ja irgendwo rechts auch noch einer ja da war einer der ist aus reichweite leben würde ich mal gerne erledigen aber kommt gar nicht dran wohl perfekt warte mal was ich jetzt in ich vergesse die ganze zeit war nicht in reichweite von diesem strahl das habe ich mit dir als erster angreifen sollte man auch gerade ich eigentlich kaputt haben man kann nicht überlegen ich will aber ihr haus haben sie ist nicht mal ein ich hatte echt ein wehrm töter mitnehmen sein hat er nicht ja ich meine ich muss nicht mit allen davon treffen aber gut wenn ich es zu tun er kommt schon der effekt wurde aktiviert aber die dinge ist nicht hier rein wenn man dich platz ja sondern werden wir uns ja wohl nicht erledigen ja jetzt 20 mitten bohr ab blöde ist er ist gleich weiter und jetzt auch nicht mehr so hoch in sachen ap noch wenn ich immer die in den sicherheit jahren das ist jetzt schon wieder alten tag her aber sind schon neue verstärken zum aufgetaucht ich habe keine mehr bitte ja so was gehen wir mit dir hier raus ganz wochen schlag war leben da bringt er nicht um nachher ist klar bis auf alle sind in sicherheit bis auf mein aufkranker man bringt man sich dahin bist du da mit momente so sind eigentlich nur noch vier gegner übrig sich gerade ich glaube jetzt du dich mal ein bisschen hin voll doch aber ich hätte vielleicht ein reichweiter ok da kommt trotzdem lagebuch dann weiß ich abgewirkt ja ich glaube es kommt nicht keine verstärkungen bitte lass das der fall sein ein schuss kommen ein schuss das hat ja noch mein radion gesagt eine bewegung kein ziel oder irgendwie sowas dann kriegen wir dich neuer kaputten ein feuer ganzer teil ist natürlich ich hätte ja echt irgendwie in der physische waffe auch geben sollen nicht das entschuldige maß also schon sagen da war es hat sicher 25 feuer lang ist aber der feier das ist nicht so stark ja mit dem rio mehr kann ich nicht sollte in orten sein ja ich habe irgendwie so ein video irgendwie ich habe ich habe ja nicht angekündigt aber ich habe einfach nur so war bei google eingegeben aber jetzt kann ich sowieso nicht mal gespeichert werden so viel um zu gucken einfach nur wie lange andere leute gebraucht haben und ich habe irgendwie ein video gefunden das war irgendwie weil nicht anderthalb stunde lang glaube ich aber wegen werde ich mal immer hierhin bitte ja alle heilen kannst weiß ich hatte ein heilstab sonst muss ich ihn als erzten er da noch faktur da bringt ja auch nichts mehr wenn er jetzt hier kommt mit faktur da habe ich einfach mal so und schon gut gehen ich habe irgendwie so rein stimmen an meinen charakter aber du bist näher gekommen das war der unter schwert agilität ich glaube er kommt nicht keine dünns mehr ich habe ich keine verstärkungsdruck mehr sehr gut neuer dank ich wollte dich aufgehört nachdem ich mehr oder weniger hat schwerste hinter mir hatte gibt es jetzt nicht mal aber wer ist ja die linke seite kann ich viel machen weil die alle obwohl doch ich habe ja ich habe glaube ich habe ja und sie kann teilen mit lk 2 3 ja er kann einfach angreifen und damit auch ausgehen haben wir nicht vor hat der irgendwie nicht so so angefahren hat er keine angefahren die irgendwie weil nicht von überall eintreffen ja vielleicht war ich mal aus noch aber ich bin wert ja irgendwie sowas kombus stege ja eher daneben und wenn ich von dem irgendwie ein schild kaputt und dann kommen noch irgendwie fünf andere wellen von gegnern da möchte ich ganz ehrlich ein bisschen cross hat ja da macht eigentlich mehr schaden ich kann auch gar nicht den angriff einleiten und wenn ich mich erraten so ein angriff der irgendwie alle gegner ja denn wie bei allen gegnern ja irgendwie von drei reichweite hier schaden macht ich kann mir nicht mehr den angriff einleiten ich kann mir niemanden den angriff einleiten macht man nicht mal für schaden ja ich kann aber damit angreifen weil er kann er bündnis angriffen nicht konter ja ich komme mal schaden weil ich mache ich alle der sehne direkt durch den nacken kann ich den seine ich kann ja gar nicht angreifen ich kann ihn gar nicht mit zack auf angreifen wenn ich das hier einsetzen ich möchte aber dafür machen wir einfach mal solche damit finischen ja ich will ja damit finischen das erwartet nicht drachen aber machen und zwei kopf bewegt kann ich nicht erreichen von 8 schaden entschuldige was weiß mit magischen angriffen und in einem physischen angriffen macht okay aber ich würde überleben der blöde denkst du zum ziel im weg versperren blöd steinharder hat wer wird ort weiß sagen ob alle geht weil ich gesagt nicht so schwierig weil ich gesagt nicht so trage ich kann ja wir nehmen wir angreifen ich kann mir mit kaja aber hoch eine jahre ich kann dem den zuck mit allen leuten hier angreifen verdammt ich dachte ja mache so wirst du ja nicht erwähnen so kannst du jetzt überleben aber auch richtig voll weil ich mir mal gucken auf den seine deutsche denen überhaupt unterwachen er ist untergebracht er hat so toten kopfe und hat und das ding gibt uns leider nicht genug ausweichen ja sich mal treffen lassen so hat er wurde sogar gediebhaft aber wenn ich nicht kriegen könnte was was auch damit damit also sicher klingt weil ich na na ich werde ich definitiv nicht mit einem berechnen die korpschläge er hat noch letzten wo mit seiner hand angeguckt also krit ging so ein drachen das wird drei schaden machen aber warum nicht natürlich hat uns hat getroffen hat das wagen na verdammt das habe ich gar nicht so wenn wir ankommen durch und die anderen 13 leute um sich herum da draußen wieso bin ich da oder bin ich war sie kann auch nicht überleben was wenn ich dich hier in der wohl ganz der kopf vielleicht nicht wie sitzt hier mit aus bleiben wir bis zum nächsten zug noch dane mein gott so viele leute die uns helfen können naja von den trifft ich kann also ich glaube ja den schaden telefoniert man danach da kann leider nur raten auf einsetzen ok fast sie wird glaube ich doch ist sie können wir gar nicht einsetzen da kannst du ein dann aber du jetzt naja der wird aber nicht mit seinem links treffen es ist aber in ordnung weil wir ja sowieso hochgehalten mal zwei angefangen getroffen die sind halt nur prozent schon ach so wegen links ja seine fähigkeit deren namen ich war vergesse im im deutschen du alles blau ist okay da ist irgendwie politisch erste phase aber mit der fall runter gehauen zweite mit mel also man hat so und damit war natürlich jetzt den links einsetzen und wenn wir nämlich alle sterben die beste einsatz von großopfer bisher ich bin mir gar nicht mehr sicher ob wir noch ein zug überleben habt ihr noch ein zug überlebt meine ich und daher ist noch mal dem her hat man ja stimmt den namen ja auch noch weiter glaube ich nicht genug apm erzimmer leben hahaha ich bin auch hier sehr wohl wenn da mal in der nächsten die mit einem zunge weg und lag ist jetzt habe ich gesagt da blöd sagen ob sie noch machen kann und sogar daneben bauen ist ja los ach der hat unsere dinge damit auch weg da hat man das weiß ich sage ich voller dem angriff den er da macht also anstatt hier irgendwie war er nicht auf einen jahr lust zu gehen und zum dicken schaden zu machen kann ich den links einsetzen erst mal wieder ein paar schritte gehen für mehr schaden so ich setze jetzt alles darauf dafür denen diese runde kaputt das ist ja auch für einer seite rausgekommen so hat es schon die ganze zeit machen jetzt bin dann leider auch nicht mehr viel weil wir haben twitter da wieso macht er nun soll er ein ding rund hauen das ist eine menge schaden die man immer daraus machen kann jemanden noch mehr schaden aussagen haben wir den kaputt an wenn sie doch noch ein bisschen mehr abwerten das ist mir wert haben wir den mit all den söhnen der kaputt und all den kindern meine ich wenn wir jetzt schon so enden dann auch richtig näher so auch hat aber dabei der schaden von links hier rein ich sagten wir sind aber sie kann es dann sturm aktivieren so normaler mensch wird jetzt hier eigentlich gar nicht mehr so rum experimentieren bei sowas aber das ist ja natürlich grandios sie ändern beenden war macht er jetzt einfach mal alles geschah ich muss mich darauf verlassen die daneben mit den dingen sehr mit denen wir machen aber alle so viel schaden gerade auch mal auch mal auf einmal auf den schaden okay wer hat erneut seine angross animation ist ja ich glaube blöde messerchen auf ihn dann kannst du ihn jetzt erledigen dann die kars waffe ja es ist so symbolisch liebes erst mit der fall damit nähe damit wähl als letztes von mir genauso will ich das wenn sie es dann stimmt aktiviert alle anstimmen wird den ja nicht killen an dieser ganzen es wachen ich möchte dann schon mal merke da kann man jetzt erledigen ich ihn erledigen die teile was aber ihn ja noch du kennst mich drachen aus also wir schauen warum man nicht ja ich meine silberschwert hier gibt nur eine waffe für diamant das war sein silberschwert ist gar kein feuer ja und damit haben wir es dann schafft sie noch alle nehmen wir eine 1 5 7 8 9 10 11 12 13 14 besten als auf dem maximum ist auch schnell und abfall diamant ziel kopf diamant ziel kopf ziel kopf diamant nell und rafael sind nicht auf dem matz und level weil die man die staatswerte nicht ob die matz sind oder nicht sondern gibt es natürlich nur ein ich werde so gut geklappt hat er ist er ist rafael dann nell dann wähl so gut all deinen kindern erwortet was hat seiner aussage irgendwie das schlimmste ist nun sollte ich mit meiner persönlichen waffe erledigen oder mit mavs persönliche mit der waffe mit der ich die ganze zeit umgerannt bin das wird nehmen wir das ja einfach nur warum nicht naja und dann haben wir es er schafft und so guter lebt wenn wir es nicht es gibt eine fortsetzung Das war's. haben wir noch nicht mit der gerade ganz langsam irgendwie reformung von sombonen durchgeführt oder welcher nur ein was Das ist nicht so, was ich? Auch mit Reil und anderen Schäuern. Wenn man so... Ich glaube, dass diese Krieg nicht passiert... Es ist nicht so, was ich? Ich habe keine Ahnung in diesem Welt. Das ist nicht so. Das war's für heute. Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe nur noch... Ich werde es nicht mehr verletzen. Die Begriffe, ich habe nicht gehört. Was? Das Begriffe, der Begriffe, der Begriffe. Ich habe bereits versucht... ...einmal...einmal... Aber ich konnte nie wiedersehen. Aber ich könnte es noch einmal sagen. Wenn es das letzte Mal ist, dann... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Oh, diese光 ist... Ich bin irgendwie... Ich bin irgendwie... Ich bin irgendwie... Papa? Was ist da? Ich habe gedacht, wir sehen jetzt vielleicht, wer das ist, ne? Vielleicht ein anderer Feierabendem Charakter. Ich habe gerade ein subtiler Versuch, irgendwie ein Sequel anzukündigen. Das war so eine Vorgeschichte irgendwie. Ein Prequel, keine Ahnung. Haben wir gerade irgendwie so vor. Ist ja... . Noch mehr, wir machen jetzt. Aber wir werden hier gefangen. da verdammt die ganzen embleme verschwinden gerade eingefallen ¡ На uite laечerno desm ε Самый! ¡Muttreuil! 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 ¡Me hekeen! ¡Hu-hu! Ah... Je estou en un tibetum Tei que euer, hoy meneer und dann ist es immer noch sitzen nach all dem was passiert ist wir werden groß muss man nur und es waren doch so noch hat dass die kredi hat das war motto zu japan aber die meister mit der kürze die mir ja bock das noch in der klasse Das war's für heute. er werde ja auch ein zu entnehmen Das war's für heute. Das ist klar. das ist ein blieb mehr ich weiß nicht dass es vorbei ist naja ich bin die märchen mit wenn er es nicht tut dann komme ich zurück dann haue ich euch erfreuen kann nicht mal überwacht sagen jetzt übrigens der heute von toni joker das ist eine stürmer kommen mir auch bekannt vor ich weiß nicht wo er ich habe sie auch schon mal irgendwas sagen wir mal akademie glaube ich nicht also erstmals gelangt hat und dann nehmen wir mal käschen kann ich habe ich ob die solche sätze immer irgendwie voraus irgendwie so vorbereiten solche momente jetzt nicht jedes mal irgendwie die welt rettet und irgendwie so abschiedsvorteil irgendwie hat nee 時間だ ありがとう 絆をつなぐ mc の紋章し 僕らの投稿よ もしもいつかまた 会える時が来るまで 覚えておいてくれ 僕たちのこと この世界に確かに存在した 13のエンブレムのこと いつまでも覚えています 名前も 声も 交わした言葉も 私たちの絆はつながっています 会えなくても ずっとずっと 最後まで力になってくれて ありがとう あなたたちのようになってみせる この気持ちを忘れたりしません 約束です samina 帝りましょう 私たちのエレオスに kapitel 26 216 spielstunden jetzt kommt das ende jetzt kommt normalerweise immer zu der zusammenfassung über wie viel zürger gebraucht haben für zeit wie viel gott wie langsam sich die zeit erhöht ne für gar nichts wissen wir hat im letzten kapitel aussehen wird dann werden normalerweise immer so die endings von allen charakteren gezeigt so so ein kleiner text her was aus den charakteren geworden ist wo die jetzt sind und was hat sich nicht alles ich meine mich zu erinnern hat die meistens immer sehr schnell weg sind bevor man die irgendwie lesen kann über den controller ja ich versuche mein bestes das könnte ein bisschen dauern das emblem mein grad hatte ich noch nicht war da hatte ich mit alten hat stand ich mit allen charakteren im leben da hat er direkt schon ausgerüstet die hat man gar nicht mehr mitgenommen oder hier zu leben man ja auch mal mvps ich weiß übrigens nicht wie ich das hier also ein teil werde mit dem part mein ziel ist erstmal die alle rauszuhauen einfach nur 56 aber da war der fahrt kapitel btk sieht man sogar in welcher reihenfolge man die wir die gemacht haben hat weiter wieder gegen hektar zwei stunden immer länger ja ich will die part jetzt einfach nur raushauen damit vermeiden irgendwann fällig sind der letzte part war glaube ich eine stunde 9 57 minuten ich weiß nicht ob ich das jetzt noch ein bisschen schneiden werde oder nicht weil dieser part scheint jetzt ja auch ich glaube ich werde dann einfach so lassen dann ist er zwar ein fast zweistündiger part aber mein gott weil ich habe schon wieder was neues hier in planung und alles so läufig mir vorstelle dann geht hat schon nächste woche los also diese woche den zeitung in dem dieses über gott rechnen ich habe das ich habe zwei patschen hochgeladen dieser part sollte wenn alles gut läuft am dienstag ausgestrahlt werden aber ich habe freitag jetzt wieder den ersten fahrt hochgeladen zwei habe ich noch auf lager also sonst samstag sonntag da möchte ich einen zweistündigen fahrt am montag hochladen mit dieser part hier am dienstag oder wenn ich den einen da bin ich in einem part hier in zwei einteilen dann wird der mit dieser part hier am mittwoch ausgestrahlt irgendwann nächste woche auf jeden fall so wenn dieser text folie kommt dass ich mal ganz kurz gucken aber ich würde gerne interessieren weil ich angefangen habe mit diesem projekt dann spätestens wenn die kreis kommen dann sage ich mal so meine meinung zu dem spiel weiterentwickelt wie ich dann alle großgeworden am 20 1 wir haben jetzt wir haben jetzt den 21 juni 216 hat ein halbes jahr genau dabei fand ich gar nicht da hat wir hatte ich so langsam gespielt habe ich meine ich habe natürlich hier ich habe jeden jeden tag hier hat hochgeladen und ich habe jetzt wie viele parts 100 das müsste jetzt 120 und 21 part sein und das wären dann vier monate ungefähr da ist immer so die sachen er soll ich irgendwie parts machen die irgendwie ein zwei stunden lang sind damit hat schneller fertig bin oder soll ich irgendwie soll ich irgendwie weil keine ahnung einstündigen part oder halbstündigen part machen aber dann ist irgendwie ein jahr lang an dieses projekt und weil ich müsste ich könnte ja natürlich auch ein paar sachen rausschneiden und nicht alles zeigen aber nicht zu faul für eine gute idee sollte vielleicht mal bei meinen nächsten projekte ausprobieren aber ich habe mir auch unheimlich viel zeit gelassen die in dem spiel jetzt 216 stunden aber ich habe ja auch alles mögliche gemacht ich habe ja auch hier kommen wir sagen gezeigt ich habe nebenquests gemacht ich habe die dc quest gemacht ich habe die ich habe also die dc quest und die dc story habe ich gemacht das hat fünf stunden also ja deswegen will ich nicht mehr so viele rollenspiele auf diesem kanal bringen außer vielleicht bei spielen die mich wirklich interessieren vor allem dann war eins davon also ja ich hatte sich ab dieser song ihr kopier geschützt ist oder nicht ich hoffe nicht im gott anero und sanfter drache weil dann ihre wurde der neue wmkönig seine bande zu den herrschen und alle nationen für zu dorfen frieden welt brachte grad lomboschern gründen der ein weiß tausende später gab es dort ein weines kind in das ist immer so schnell weg nachdem er wäre gott heiliger weiter anwander als bieter auf mal tritt hat sommer es leben der währung gottinnen und seinen freund besuchten wander oft damit können ich meine da sieht man immer die ganzen statistiken meist genutzt im leben ruhige büter klammer zum drachen büter im höheren alter wurde aufgrund seiner ruhigen art auch mit wander verglichen erfährt den wir haben wird so sehr dass er anwärte für den vierten ich kann nicht so schnell leben das geht so schnell weg ms gebiet rennen haben wurde zur drachen mit renner und gegen ihre aufgabe ebenso ruhig und aufmerksam nach wie waren da ihre hingabe zum bierbund wir haben könig wir haben gott könig ich muss mir noch angewöhnen so ein neuer satz der beschützer alfred ok könnt ihr selber lesen weil ich kann das nicht so schnell lesen es geht so schnell weg naja wenn ich jetzt hier einige charaktere mit naran hätte dann würden die so ein pärchen vielleicht stehen so wie ich hier am anfang mit mit wählen kraftpaket et das sind auch diese ganzen titel die auch die ja auch der röselige butcher und der heldenkönig marvis zum beispiel als heldenkönig bekannte und im ending vom feiern mit dem 1 da das war das titel großkönigskind zu lehnen also daher kommen diese ganzen titel so hier der heldenkönig oder ich habe jetzt alle vergessen der achtsame louis da kommen die ganzen titel wie also der heldenkönig oder der magister und all die ganzen sachen ich habe jetzt alle vergessen ich habe das spiel seit einem halben jahr das geld märchenfliegerin chloe sie traf jemand an der imbissbude nicht wenn man sie mit jemandem verkuppelter wachsende macht die ja mann naja wenn ich jetzt hier rang mit einigen charakteren gehabt hätte dann würde da jetzt mal was anderes stehen hat packer meister emma einige leute nehmen diese diese parings ziemlich ernst nehmen das shipping eisern im mauer einige leute nehmen dieses ganze shipping zeug jetzt ziemlich ernst deswegen ist auch frei mit dabei live dating simulator bekannt sanfter schütze und ja habe ich wollte irgendwie mehr support haben als irgendwie mächtige blumen ab ist weil ich wollte irgendwie mehr quantität als qualität haben einfach nur weil so b und a rang support sind irgendwie schwäger freizuschalten sorgen der artigeren zentrieren und wollte eigentlich einfach in jedem dem jeden paar zum paar supports haben was ironischerweise das projekt vor den längen gezogen hat der schneekönigin 3 wie schneekönigin wartebau im schnee lucia ja eine mysteriöse abbanden ein neues zuhause für kriegsweisen alle kinder sollen gelernt haben tiefsinnig und bedeutungsvoll zu sprechen also und hat diese ganzen punkte seien ohne giri samuray kagetze das typische schwertmeister ending es ist abgauen wurde nie wieder gesehen kleiner schon mal hortensie und dann wollte ich eigentlich auch benutzen hätte eine gute fähigkeit gehabt manchmal einige stäme nicht benutzt werden süßer künstler rosado besonders niedliches betritt der königliche familie der ganz talent gold lehrerin schimprierten der macht dass sie sich bei ihren klassen drehen ist viel hoher erwacht uns ein gott müssen krieger in timera ich finde die charakter in ordnung sind bei meinen schönen singen das gerechtnis finde ich edle ritterin für die ich finde die charaktere in ordnung auch wenn die alle irgendwie so 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 genannter one note charaktere sind jede klopperin panett aber einigen charakteren denke ich mir auch so warum habe ich die eigentlich nicht benutzen aber man kann ja nicht alle benutzen ich meine theoretisch kann man es ich habe es gemacht aber ja man sieht ja wie es dann abläuft freundlicher prinz vorgabe jetzt stelle ich mal wo ich wäre mit den 14 charakteren die ich gerade gespielt habe mit dem 14 charakter mit die ich im letzten kapitel gespielt habe das gesamte spiel hier durch gerannt ne party piste auf den drehungen erstelle ich mal vor ich wäre mit denen über das ganze spiel ich habe mir von anfang an irgendwie auf 14 charaktere festgelegt und hätte bis zum ende mit denen gespielt koch künstler bündet koch künstler bündet das hätte das spiel sehr viel einfacher gemacht weil ich dann immer charaktere gehabt hätte die irgendwie ja gerade nicht an den griff gehalten da oben waren griff und er hat unten gehalten ein deutscher drache wenn übrigens gut für die hintergrund sich ändert jedes mal wenn man sich eine neue fraktion von charakteren ihr sieht wüsten hat rache abfall vorhin hat man noch irgendwie so die musik von von allerdings gehört hier ist die wüsten nation noch mal die anführerin es lässt ja naja ich warte jetzt immer noch bisher so die kreis starten ich meine sind jetzt nicht wirklich die kreis das sind mehr so wie das ending für die charaktere verblasste nage seine mode einige von ihnen sind ein bisschen random heilendes herz madeleine jetzt müssen schade dass dass sich die endings nicht ändern also ich weiß nicht ob das hier so ist aber ich nehme jetzt mal an es ist nicht so aber sie enden sich ändern mit dem level die höher das level desto kleine händlerin anna sie hatte vier schwester mit gleichen namen und sich doch nur sie war mit dem berm geringer geringer alles klar freundlicher art man glaube ich alle wählen wenn ihr wählen hat man vorhin war wir hier und hier unser tänzer genau verborgene maske wir wissen immer noch nichts über sie wir haben ein paar supports mit der gemachten mächtiger tänzer ist sie drei kämpfe mit einer voraussage was ihnen beschieden anständige leute treffen gutes essen zu genießen um glücklich zu sein wenn genau das gibt es ja auch noch ich bin die karaktere besser als die von free houses die ganzen teenager die irgendwann erwachsen worden sind die man einfach kuppeln muss mit irgendjemandem über unterricht muss weil ich tapfere wache dafür gibt es gibt dutzende memes sind von diesem spiel gibt es auch schon dutzende memes nehme ich mal an aber mein gott ist bei mir für aus war sehr am liebere bei voller ritter morgen hier hat 13 kämpfe nur drei kills also sie gestehen immer für kills übrigens normalerweise stehen da auch niederlagen und das spiel sich merkt ob man ob ein charakter gestorben ist auch wenn man die zeit zurückdreht oder wenn man das spiel ausschaltet oder so das spiel merkt sich normalerweise dann immer die niederlagen aber die haben sowohl hier rausgenommen in dem spiel ich weiß nicht ob bei dem früher aus ist auch schon mal sobald ich jetzt hier irgendwie jemanden singt ja geht das sound so was von außen wenn ich nicht weiß ob das jetzt hier kopiergeschützt ist oder nicht also weiter irgendjemanden singe nicht wundern cool okay ja da muss ich okay ja da habe ich natürlich sofort ausgescheitert neil weil das wird wird sicherheit kopiergeschützt sein und ja da hört er eben nur meine stimme ist auch dafür seid ihr doch alle hier auf dem kanal ne gut was soll ich zu dem spiel sagen ich will es ein halbes jahr mit dem spiel zugebracht naja so soll ich natürlich irgendwas hier sagen will ich fand es ganz ehrlich besser als vor allem im freehause ist wenn ich ganz ehrlich ich bin feier mit dem hause es hat halt den nachteil das ist vier verschiedene pfade hat im hintergrund spielt sich gerade hier so ein richtig guter langsamer remix von dem hauptthema dieses spiels nein mich sehr gut ja beim freehause hat den nachteil es hatte vier pfade die man spielen konnte und keiner von den pfaden fühlte sich so wirklich vollendet an oder die meisten von ihnen fühlten sich nicht komplett an weil es halt vier pfade gibt ne und das kostet natürlich dauer und zeit und was hat sich nicht alles dauer und kosten und arbeiten was weiß ich nicht alles ne und dementsprechend konnten halt nicht ihr seid ein bisschen schwer die alle irgendwie perfekt so richtig zu perfektionieren sage ich mal und so hat es ja auch angeführt hier ich meine edelgarts route war deutlich kürzer hatte deutlich weniger cutscenes war unglaublich weniger fein geschliffen als die anderen pfade und ja wenn du halt mit diesem pfad dann beginnt mit dieser rote dann das hat mich gehabt und wenn wir mit dieser rote angefangen hast und du gehst dann irgendwie zur zur dimitris oder clouds rote das hat ein tag das hat ein unterschied zwischen wie tag und nacht deswegen bin ich der meinung ein spiel ein feier im spiel mit nur einer story wird immer besser sein als eins mit mehreren roten vor allem im feld hat er diesen fehler auch und ja da sind sich auch viele leute eigentlich so dieser fahrt ist besser als der andere dieser fahrt ist eindeutig schlechter und nicht komplett gegensatz zu den anderen ja also bitte nur eine story aber dafür auch dann komplett perfektioniert wobei wir zum nächsten thema kommen die story dieses spiel jetzt ja ich mir war schon bewusst das ist doch ein bisschen ich weiß gar nicht wie man das auf all die anders hey warte mal sind die anders aus links oben links ist einer von awakening und links ist die von feiern im fels weit wie geht das denn Das waren anders das waren die anders aus den anderen feiern im spiel die spiel waren spiel waren charaktere ok ok ja story wiese dieser die story dieses spiels ich habe schon so gerüchte gehört so ein wort auf der straße war dass die story ein bisschen ich weiß gar nicht wie man dieses wort auf deutsch nennen würde cringe nein mani mani was ja los war also ja was was bitte kürz ach schnapp schuss sehr gut sehr gut okay war das mit den kürz sie waren ganz schön schnell vorbei day ja 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 Ich wollte mich auch auf die Lichter sehen, aber ich wollte mich auch auf die Lichter sehen. Das ist das Problem. Es ist nicht so, was ich... ... 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 kann das dann da so die kanzlerin er hat sich mal so wieso man schon wirklich bereit Ich bin schnell! Oh nein! Ich bin schnell! Oh, Ayr-san. Ich bin bald. Oh, Ayr-san. Wenn du dich wünschst, dann werden wir immer wieder mit dem Anish. Dann können wir uns wieder einmal... und uns... Engage? ist ja ok cool das war das im kampf möchte deine hände ansprechen deiner armee wird auf die stadt von vor kapitel 26 zurückgesetzt es wird jedoch verbergt dass du das kapitel abgeschlossen hast okay und ich bin im somni okay ich scheine kein ding so bin ich ein bisschen doof ich scheine kein ding hier freigestaltet zu haben kein auch immer ja habe ich jetzt zwei zeichen das heißt ich muss die support von hier aus anschauen da finde ich nie gut ich würde die liebsten so vom hauptmenü aus aufrufen können also so ist man jedes mal irgendwie ein spielstand irgendwie anlegen und auch irgendwie durchspielen und freischalten und also was statt irgendwie vermerkt zu werden irgendwo du kannst jetzt das gab während ein baguette hat aber hier schild bei mein geld kristalle wie ich nicht benutze für ich keinen 41 und höher für staffel prüfungen sind jetzt freigeschalt ich benutze ich nicht ganz weit staffel prüfung jetzt das vulkan dann auswählen mache ich nicht ich habe hier benutzen sagen wir dazu mir jetzt so meine charakter jetzt immer noch warum sollte ich dann hier ist mal so ein dings hier machen man sollte denn jetzt mal warum sollte ich denn ein spiel stand haben wo ich den boss gemacht habe und dann egal so ich kann mal den klavier machen kann sie krebs in den 3 ok da könnte ich da auch nicht freischalten genau deswegen brauchst du irgendwie so ein support verzeichnet ist irgendwie im haupt mit irgendwie weil ich alles noch mal anschauen kann es wenn ich das als wenn ich die bilder von den anderen charakteren ansehen will ja was wenn ich bin jeweils wenn ich hier die bilder von den anderen charakteren sehen will ja diese kann ich sagen gar nicht ich nehme jetzt mal an da ist jetzt nicht da irgendwie war ein super danschen oder irgendwie so aufgeploppt oder so ich denke nicht okay es ist nichts okay na also was hat ne gott dann gehen wir zurück zum hauptmanö und ich bin bereit am liebsten würde ich ja hier weit reden aber wenn ich hier wieder ein paar mal nicht wenn ich ein paar mal nicht verdrücken dann kommt immer wieder intro das ist ein bisschen doof deswegen kommt hier irgendwie weil nicht kommt hier irgendwie warten ich weiß nicht wenn ich dann gehe ich zum sonnenbild zurück ein fahrzeug zu entspielen mir gefallen ganz offensichtlich hätte ich jetzt nicht ein halbes jahr lang durchgezogen ich habe einige sachen gehört so wie einige leute dieses spiel bewertet haben die reviews und was weiß ich nicht alles der interessiert mich sowieso nicht ich habe gehört das gameplay war gut ich habe gehört die story war schrott wie gesagt ich weiß nicht wie man dieses wort auf deutsch nennt cringe also wenn irgendwas für mich wäre irgendwie die deutsche bezeichnung irgendwie fremdschämen oder irgendwie sowas hat könnte ich mir zu vorstellen und ja ja kann ich mir vorstellen warum einige leute das denken es war ein bisschen zu anime mit dem grafik stil des spiels konnte ich mich relativ früh an freunden fand ich dem fand schon auch am anfang nicht so gut war mir ein bisschen zu und die charaktere waren mir ein bisschen zu sagen wir ein bisschen zu anime aus ich mein fein war schon immer annehmen aber es war trotzdem noch so ein bisschen so leicht annehmen war es halt die spiel ist ja auch 100 prozent annehmen also vom design und was weiß ich alles und das hat mir aber beim ersten in den ersten momenten so was ich so gesehen hatte nicht so gefallen die farme so definiert waren und die charaktere einfach nur so farben froh aussahen aber da hat man sich irgendwie sehr schnell angewöhnt die animationen aber waren absolut klasse chefskiss animation die waren klasse besten der serie finde ich glaube ich sogar schon die kritischen treffer haben sich die animationen der kritischen treffer sind die sind ja in jedem fall im spiel immer ein bisschen anders ne früher in der nintendo super nintendo era gab es die glaube ich gar nicht oder die waren sehr unspektakulär ne dann irgendwie für die game mode waren das spiel da haben sie als sprites benutzt hier und die sahen einfach hammer aus ne also wie so ein schwert meister ja wenn schwert meister wie in kritischen treffer gemacht hat er ist einfach durch den gesamten bildschirm durchgewehr das sah super aus da sind wir wieder ein bisschen runtergegangen so so game cube und nintendo wie zeiten so also die spiele von eik und so Dann haben sie irgendwann angefangen ja mit den ds spielen ja mit feinem awakening vor allem im feld haben sie irgendwie so so cut ins benutzt von den gesichtern wurden wir die gesichter von den karakteren so reingeschnitten in den bildschirm und dann ist dann tun die irgendein one liner ablassen so time to take out the trash dann haben die den kritischen treffer gemacht und keine ahnung vor allem im free houses haben wir also was ähnliches gemacht und ja ich habe ja irgendwie mal so ein clip hier so eingeschnitten hier von von konstanze er hat sie in kritischen treffer gemacht ja also nicht da haben wir die kritischen treffer hier sehr viel besser gefallen die seien sehr wuchtig aussieht die waren sehr sehr gut irgendwie so zum anschauen habe ich spaß gemacht sich die anzuschauen immer und immer wieder die haben sie haben so richtig wucht gehabt in diesem spiel fand ich sehr gut also animations mäßig und so in dem spiel als klasse charaktere auch in ordnung sehr viel erwarten tue ich jetzt nicht mehr nach weil ich 15 feiern beim spielen die schon rausgekommen sind aber ja die story war ein bisschen ja es kamen so viele sachen ich weiß bis jetzt zum beispiel immer noch nicht was was ist mit dieser intro cut scene auf sich hatte weil wir haben ja gesehen hier so hier der hauptcharakter und maf sind da irgendwie dieses schloss rein gestürmt und diamant alfred timera und aiwi die sind ja auch alle da gewesen mit ihren mit ihren emblemen und haben uns geholfen und dann haben wir gegen sombron gekämpft im ersten kapitel und wann ist das passiert das einzige was ich mir erklären könnte ist dass das irgendwie symbolisch irgendwie für die vergangenheit war und dass das irgendwie der kampf war in dem unser hauptcharakter als er noch seine roten arate gegen sombron gekämpft hat das hat irgendwie so Keine ahnung so umgeschrieben wurden ist Ich könnte mir nur vorstellen dass dieser moment gewesen sein kann aber kann ja auch nicht sein weil wir hatten ja Wir hatten ja eindeutig rote und blaue haare und Diamant und co die waren ja auch alle da aber Vielleicht waren da irgendwie andere charaktere in der vergangenheit so irgendwie versteht ihr was ich meine Sonst kann ich mir nicht weil in der story gab es ja nicht so im moment in dem das passiert ist Deswegen verstehe ich nicht genau Was genau diese szene war und ich glaube da wird gar nicht erklärt Ja und der wege ist meinte auch irgendwie da wohl irgendwie er gerät kommt hier mit dem mit dem hauptcharakter näher hat der Am anfang so böse dargestellt worden ist als er noch seine roten arate nur seine roten haare Und dann irgendwie hat er mehr herausgefunden haben so im sinne von so Stellt sich irgendwie heraus dass er auf einmal irgendwie ein guter typ ist ne und hat ja das alles für lomera gemacht hat Und das eigentlich voller liebe typ ist und so Was Auch keinen sinn macht warum mutten da Warum wurden der an so böse irgendwie dargestellt Erstmals wir den gesehen haben hat war der hatte ja irgendwie Wurde ja konfrontiert mit lomera Lomera stand dann vor den Hatte voll angst in ihren augen er hatte voll diesen diesen killer blick In seinem gesicht als würde er gerade irgendwie davor seien irgendwie sie abzumetzeln Und dann sehen wir ein bisschen mehr von der story und Wir finden daraus dass dieser moment hier Direkt nach dem kampf gegen sombron wahrscheinlich passiert ist Und dann war auf einmal so okay ich habe ihn erledigt geht es dir gut mutter schön Wie kann man damit schon während die story gerade am laufen ist dazu retconnen da verstehe ich nicht mehr In den prozessen diese story geschrieben wird Und ja dann wie das am ende hat irgendwie auch nicht viel sinn gemacht hat sombron irgendwie auch sein eigenes Emblem hatte das hat irgendwie Verstehe jetzt nicht unbedingt was das noch sollte Dass wir den irgendwie irgendwie so bedienen müssten so ja der war eigentlich ein guter kerl der war einfach nur einsamen also Verlass arme würstchen Verstehe jetzt nicht unbedingt warum das jetzt noch so in den letzten momenten so eingefügt werden muss vor allem wenn wir noch nicht mal sehen Bei wem es sich um diesen emblem handelt Du kannst nicht einfach im letzten kapitel irgendwie so kommen so ja übrigens hatte auch mal ein emblem und da war super stark Und jetzt in wegen diesen emblem macht hat alles So im letzten kapitel kannst du das nicht mehr machen Hättest du schon irgendwie so weit in diesem 56 kapitel vor irgendwie so so ankündigen müssen Also ja ich kann schon verstehen Warum Einige leute aber ich glaube einige leute beziehen sich schon auf irgendwie frühere sachen weil ich glaube nicht dass einige leute sich Gesamt spiel eingezogen haben und sich dann gedacht haben ja voll cringe einige leute haben irgendwie schon die ersten spielstunden gespielt und Haben sich gedacht so voll schlecht story Und ich erwarte jetzt kein blockbuster story in feiern bleiben also Es gibt elemente die wiederholen sich immer und immer wieder in feiern wenn Ein älter teil stirbt ne man muss irgendwie aus seinem schloss flüchten war irgendwie von von den bösewichten irgendwie überrannt wird ne Der hauptcharakter ist irgendwie volle außerwählte super pro in irgendetwas Man muss eine armee aufbauen mit der man sich gegen super böses imperium stellt Irgendwann stellt sich heraus super böser dämonen drache ist da und dem muss man besiegen oder in dem fall ja schon der dämonen drache war schon von Anfang an irgendwie da aber Musst du ja der muss ja auch erst mal erweckt werden Sondern der war ja auch nicht die ganze zeit da da war da war ja auch irgendwie erst mal der wurde auch erst mal erweckt So der ersten hälfte spielst Es ist nintendo man Es ist wie pokémon ist wie super mario ich vergesse jedes mal wie man dieses wort nennt sehr Traditionell thematisch Irgendwas mit tee glaube ich Jetzt genau wie dieses eine wort hier wird weil ich war bei vorlaut irgendwie sagen wollte und hätte ich auch vergessen habe dass ich immer noch vergessen habe Propaganda mein gott Ich hab's du in meinem kopf und ich weiß noch Brauch ich hinaus will um welches wort ich Die bedeutung dieses worts aber ich vergiss immer die den namen des worts Also Thematische thematisch also wenn sich wenn sich verschiedene themen immer um immer wiederholen wie in pokémon acht orten sammeln champion besiegen Rivalen besiegen pokémon sammeln super mario prinzessin wird entführt du musst Andere welten irgendwie Du musst von einer welt zu anderen welt reisen und da alle bösewichte kaputt haben dann am ende aus der bau sagt kaputt Also dat halt ne und das gleiche ist auch bei feiern Kommt immer die gleichen sachen vor eigentlich nur halt in anderer form Selbst die charaktere sind alles irgendwie basiert irgendwie auf andere charakter die es schon mal gab nur alt recycelt und irgendwie neu geschrieben so ein bisschen also Das habe ich voll schon erwartet von feiern wenn jetzt irgendwie jemand hier hinkommt und sie spielt zum ersten mal spielt und sich das dann alles anguckt der Denkt sich wahrscheinlich auch so war das ist komisch aber da war schon immer so Weil man noch war immer noch ein bisschen komisch in der story weiß ich nicht Die story war definitiv besser als in fates Also Aber ja vieles ist irgendwie so passiert irgendwie Der auftfaktor wo zu einem emblem Welt wird irgendwie kontrolliert von den bösewichten Das opfer von von mani war ein bisschen Auch ein bisschen komisch Also ja kann ich verstehen hat einige leute sich das angucken und sich denken das ist ein bisschen zu anime Ich fand es noch in ordnung also ich für mich hat es jetzt hier nichts Für mich hat sich Ich fand eigentlich war noch in ordnung war passabel mit nichts hat mich jetzt hier irgendwie so abgeschreckt und Mich irgendwie so in den punkt gebracht so soll er mal das spiel spiele ich nicht mehr das spiel schrott Was für mich ein großes thema ist bei rollenspiel okay beim rollspiel muss die story als sitzen Und das game der war sowieso in ordnung von der Hatte mal da so ein bisschen leerlauf Ich überlege gerade was noch Ich weiß nicht ob ich noch mal ein feiern blicken Hier auf diesen kanal bringen werde Ist jetzt wird ja noch kein nachfolger oder so angekündigt Jetzt auch wahrscheinlich erst mal dauern weil sie nicht Ich glaube dieses spiel hat sich gut verkauft ich bin mir aber nicht sicher Aber ich glaube nicht so gut wie fireman free houses Aber free houses war damals das erste nintendo switch spiel vielleicht deswegen ein bisschen mehr vielleicht sah es ein bisschen ansprechend aus ich weiß es nicht Was ich mir schon lange überlegt habe ich irgendwie so mal so ein feiern blick zu spielen aber da müsste ich mir einen emulator unterladen Es gibt da so einen richtig witzigen feiern der meck der war der ist mehr so Da ist voids pizza adventure Und da ist einfach nur so Es ist einfach feiern blambert einfach nur gefüllt mit memes Und das sah relativ witzig aus Aber Wahrscheinlich nicht da müsste ich emulator benutzen und raum hacking und so weiter und da will ich nicht auf diesem kanal Ja Vor allem für aus werde ich auch nicht auf diesem kanal spielen auf meinen englischen kanal gespielt habe ich noch nicht mal fällig auf meinen englischen gela gespielt Weil ich habe dafür drei ich habe drei roten gespielt und ich bin in der vierten und Bei der vierten rute war ich dann einfach auch zu ausgelaugt weil Da waren glaube ich so insgesamt 200 300 folgen Wir haben das spiel so ungefähr ein jahr lang gespielt also nächstes war mir Also gut ja Da kann man noch sagen Die supports werde ich jetzt nicht mehr nachreichen weil das ist mir glaube ich zu viel arbeit Außerdem habe ich schon wieder ein neues projekt geplant also werde ich dafür wahrscheinlich keine zeit haben Also ja was war es dann eher von diesem spiel Sind alle mit zufrieden gut Alles klar ich wüsste jetzt nicht was ich hier noch sagen könnte Können wir sagen was euch so gefallen hat einem spiel was hat euch am besten gefallen im spiel wer war euer lieblings sagt haben mein lieblings Ich frage aber Ich mochte eigentlich also alle charakter die ich im letzten kapitel genommen habe fand ich eigentlich gut Ja, dann würde ich sagen da war es nicht wüsste jetzt nicht was ich nur ansprechen will ich werde mir werden wahrscheinlich irgendwann einfallen nachdem ich hier die aufnahme beende weil das ist immer so Dann fällt mir immer nur sein aber hat man natürlich nur sagen sollen Dann denke ich wie immer soll ich jetzt noch kurz eine aufnahmestartung dazu erwähnen Aber was soll es ne gut falls irgendwelche fragen habt oder so könnt ihr ja in den kommentaren schreiben dann kann ich darauf antworten er war so Sprachmäßig Wer hat hier oder bild video mäßig werdet ihr nichts mehr von feiern im englisch sehen das war es heute Oder für immer Gott dann bedanke ich mich bei jedem der hier vorbeigeschaut hat für jeden der kommentiert hat der ein like aber hinterlassen hat ein abo hinterlassen hat Dieses video seinen folgen gezeigt hat oder was weiß ich nicht alles und Ja Wir sehen uns dann im nächsten projekt was Ich vielleicht schon angefangen habe vielleicht habe ich schon zwei Folgen hochgeladen von was auch immer ich hochgeladen habe Vielleicht zu dem zeitpunkt in dem ich dieses video hochgeladen habe habe ich schon irgendwie das nächste projekt begonnen dann haben wir irgendwie so Für ein paar tage so zwei folgen also zwei projekte Weiß ich nicht vielleicht habe es ja schon gesehen Aber wenn ich dann sehen wir uns im nächsten projekt oder auch nicht und Ja ich danke euch als fürs zuschauen und sage Tschüss die kraft g Bye Bye Und Auf Wiedersehen Tschö Mit Öl Astar 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 Astar